Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Eppronus ist am Start und zwar bei der nächsten Röwe der nächsten Vorstellung und zwar geht es dieses Mal wieder um ein paar Schutzhüllen fürs Galaxy S21 Ultra. 5G hier in der Ausstattung ist aber auch nicht relevant, weil wie gesagt, das ja nur als Kürzel dafür gilt, welche Hülle für welches Smartphone passt. Ich habe sie jetzt hier erstmal von Spigen und deswegen habe ich jetzt hier erstmal alle möglichen von Tough Armor über Crystal Slot, über Liquid Crystal sowie Liquid Air im Vergleich, sodass wir mal schauen können und uns einen Überblick verschaffen können, wie das Ganze jetzt hier eigentlich so daherkommt. Mir hat ja schon immer so die Tough Armor gefallen, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt hier einen neuen Kandidat und zwar die Crystal Slot. Und zwar hat die die Möglichkeit auf dem Hintergrund noch eine Kreditkarte, Girokontokarte oder EC-Karte, was weiß ich, Krankenkassenkarte, Führerschein und dergleichen, alles hinten drin zu beherbergen. Also, das ist schon ziemlich gut. Ich meine, dass es damals eine Tough Armor gab, wo es das auch mit Schiebemechanismus gab, beim S9 oder beim S8. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, wo ich die mal selbst benutzt hatte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns das Ganze an. Hier wird wie immer mitgeliefert einmal für die Linse hinten für die Kamera und für den Screen, für den Bildschirm also einmal ein Putztuch. Also, da kann man einmal drüber wischen. Dann ist das Ding natürlich gecleant. Sehr schön soweit. Okay, da steht auch noch mal eine Bedienungsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Das ist bebildert, sodass es auch jeder versteht. Die Hüllen kommen auf jeden Fall hier mit so einem kleinen Schutz daher, dass die sich auch nicht vorher einbiegen bzw. irgendwo einen Knick aufweisen, weil die ist hier relativ flexibel, wie man so sieht. Das ist schon mal ganz schön. Und hier sieht man schon ganz gut, da wird es demonstriert, dass wir hier eine Karte reinschieben können. Achso, die geht sogar durchgehend bis zum Smartphone. Ah, interessant. Und bin ich jetzt mal gespannt, wie das hier so fungiert. Achso, das ist so flexibel gehalten. Also, die ganze Hülle ist ja flexibel, aber hier unten ist das Ganze noch ein bisschen anders daher. Den großen Kameraschacht, den können wir hier natürlich ganz einfach aussparen. Und ansonsten ist das halt komplett, ja, wie ich sag mal so, das Liquid Air bzw. wie das Liquid Crystal ist das Ganze durchsichtig. Weil das Liquid Crystal ist ja auch komplett durchsichtig. Wir werden es uns gleich direkt nochmal anschauen. Jetzt kommt das Smartphone da erstmal rein. Was schon mal schön ist auf den ersten Blick, wie ich gerade sehe, dass sogar die Kamera nicht nur geschützt ist, sondern hier auch nicht aufliegt. Das ist schon mal der große Vorteil dabei. So, ich habe mein S21 Ultra vor einigen Tagen ja bekommen. Aber ich benutze das immer erst, sobald ich eine Hülle habe. Und warum mache ich das? Darum, man sieht es, hier haben wir halt den großen Vorteil, dass diese Hüllen halt wie beim S20 Plus als Beispiel oder eigentlich wie bei jedem Smartphone zuvor natürlich immer die ganzen Kameralinsen dann auch so schützen, dass wenn ich sie jetzt hier auf den Untergrund lege, sie nicht zerkratzen können. Deswegen benutze ich mein Telefon immer erst, sobald ich eine Hülle habe oder halt mehrere zum Tauschen. So, da sehen wir das Ganze auch schon mal ganz praktisch. Also es glänzt auf jeden Fall nahtlos und tadellos. Ich habe jetzt hier die schöne mattschwarze Version des Kunststoffrückens von dem kleinen S21. Vorne darf man nicht drauf gucken, aber ist auch egal. Das wird dann wieder sauber gemacht. Dafür haben wir auch das Putztuch gleich mit inklusive. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist eine coole, interessante Sache. Das ist aber jetzt nur schon ein bisschen Pappe. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob man das hier mit einer echten Karte hinbekommt. So, bevor wir jetzt hier alle Adressen und Personalausweise und Führerscheine leaken, nehmen wir ganz einfach mal eine Deutschlandkarte. Die ist auf jeden Fall aus Hartplastik. Die passt hier auf jeden Fall ohne Probleme rein. Jetzt muss ich doch mal schauen, wie das jetzt hier fungiert. Ach so, die sitzt auch relativ stabil drin. Ich meine, ihr habt ja das Smartphone generell bei euch dann in der Hosentasche drin. Und da kann es ja nicht einfach so dann in Aktion geraten, sodass das hier rausrutschen sollte. Das ist auf jeden Fall genial, muss ich sagen. Und wir können jetzt hier den Rücken vom Smartphone, soweit ich das eigentlich sehe, auch nicht zerkratzen, weil wir hier so Schieberillen haben. Da gehen wir mal ein bisschen rein. Hier seht ihr eine Schieberille links und eine Schieberille rechts. Und wenn ich jetzt die Karte hier so einfüge, dann schabt die nicht auf eurem Smartphone hinten lang, sondern bleibt hier tatsächlich etwas in der Luft. Das ist schon mal ganz gut. Das wusste ich vorher auch nicht. Und da wollte ich das ja auch erst mal sehen, wie das fungiert. Aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Sache. Wenn man jetzt bargeldlos bezahlen möchte, was ja in der heutigen Zeit gar nicht mal so schlecht ist, natürlich mit dem Smartphone oder halt mit irgendeiner Kreditkarte im Ausland, dann brauche ich halt mein Portemonnaie nicht bei den ganzen Feilschern mit hin und her zu schleppen. Das ist echt praktisch, muss ich sagen. Und wenn ich sie dann rausziehen will, ihr seht es ja, geht das auch relativ einfach. Okay, das ist so weit, so gut, dass ich hier schon wieder fast die Lampe hätte umgeschmissen haben würde, wollte. Und wir gucken mal unten drauf. Das Wichtigste ist ja auch dabei, wir haben hier wie immer wieder mal diese kleinen Lufteinschlüsse. Die sind ja schon immer dabei gewesen. Wofür in erster Linie? Damit, wenn das Smartphone mal runterfällt, etwas Luftpolsterung da ist und wir keinen schönen Displayriss oder eine Spider-App bekommen. Dementsprechend sieht das Ganze soweit ganz gut aus. Wir gehen mal ringsherum. Man sieht es jetzt hier auch schon. Unten der Hauptlautsprecher und der USB-C-Port samt Mikrofon, die sind auf jeden Fall wunderbar ausgespart. Das ist auch sehr schön. Ansonsten haben wir nochmal den Spigen-Schriftzug dabei. Ansonsten, die Unschärfe kickt wieder heftig rein. Hier haben wir dann auch nochmal diese ganz kleinen Bläschen. Und was haben wir hier oben drauf stehen? Air Cushion Technology. Air Cushion Technology. Also damit das jeder nochmal sieht, jetzt zum Beispiel. Dafür ist das da. Man darf sich halt nicht wundern. Und wie wir jetzt hier sehen, die beiden oberen Mikrofone sind dann also auch noch frei. Das ist auch schon mal sehr schön. Ich wusste beim ersten Mal nicht so richtig, ob es praktikabel ist, aber ist es doch. Und wir gucken mal ganz kurz von den Buttons. Der Druckpunkt ist definitiv gut da. Da können wir schon mal gar nicht weiter meckern. Mit dem Exclusive, dass wir halt hier die Möglichkeit haben, nicht nur alles hinten an der Kamera zu schützen, sondern auf der anderen Seite den ganzen Spaß dann auch noch mitnehmen können, indem wir jetzt hier einfach eine Karte mit uns führen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es da zuerst mal gewesen sein. Wir machen mal direkt weiter mit dem S21 Ultra Liquid Crystal Case. Wir ziehen das Ganze hier mal raus. Im Endeffekt fast dasselbe, bloß ohne Karteneinschluss. Deswegen etwas günstiger. Wir müssen mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Auch hier wieder eine Bedienungsanleitung dabei. Bildschirmreinigung mit dem Lens & Screen Cleaning Wipe. Das heißt, ohne Probleme lässt sich hier wieder alles reinigen. Dann ziehen wir die Hülle hier wieder ab. Im Endeffekt eigentlich egal, wie man die Hüllen abzieht. Aber ich mache das gerne mal so. Ich lasse so lange wie möglich immer noch eigentlich die offizielle Schutzfolie oben drauf, die man jetzt hier so sieht. Und darum lasse ich die drauf und mache zum Beispiel das immer so, dass ich das Smartphone immer so reinführe. Bei jedem Case natürlich, dass die Lautstärketasten und natürlich die Powertaste zuerst drin sind. Und dann schnappt das perfekt rein. Dann hat man auch keine Probleme. Im Übrigen noch mal ganz wichtig zu sagen, ist es auch nicht nur so. Also aus purer Überzeugung muss ich das einfach sagen, damit das Smartphone nicht später mal so aussieht, weil man irgendeine billige Hülle hatte. Zum Beispiel hier, die gehen halt nicht gut hoch und die sind auch nicht so sonderlich gut gepolstert. Die haben auch nicht diese Air Cushion Technology. Das muss man auch mal wissen. Deswegen sage ich das und deswegen schwöre ich auch auf viele von den Hüllen und trage die auch meistens so. Deswegen kann ich bloß so sagen, es ist immer schön, wenn man selbst mal das Smartphone so hinlegt, muss ich mir keine Sorgen machen, dass jetzt, wenn es ein glatter Tisch ist, also wir reden nicht von einem Sandstein oder von irgendeinem Granitstein, der natürlich nach oben uneben sein könnte, da habe ich den Vorteil, dass halt hier wirklich die Möglichkeit besteht, da sieht man es, die Gehäusemuschel bzw. die Gehörmuschel und der ganze Rest, die sind halt nochmal zusätzlich geschützt. Das ist bei allen Hüllen so. Da kickt die Unschärfe wieder kräftig rein. Man sieht, da sind so 1-2 mm dabei. Das ist an der Seite nicht ganz so doll, aber minimal auch. Und unten ist das selbstverständlich auch nochmal so. Und so liegt das Telefon sozusagen rechts und links etwas höher als auf dem Bildschirm. Und genau so sehen wir es gleich, während wir jetzt hier auf die Crystal-Hülle gucken. Das heißt, die kommt mal hier rüber. Die haben wir jetzt hier drüben, die Liquid Crystal-Hülle und die andere Crystal-Slot-Hülle. Die, wie gesagt, ist also praktisch, wenn man halt so als Anwender immer mal gerne bargeldlos bezahlt. Man sieht aber, die Crystal-Slot-Hülle ist etwas flexibler, finde ich. Das ist tatsächlich so, obwohl die jetzt hier in der Mitte, ja man sieht es, die lässt sich leichter biegen. Das ist hier bei der nicht so. Die lässt sich nicht ganz so leicht biegen. Die ist etwas starrer nach unten hin und hat etwas mehr Stabilität. Natürlich, weil jetzt hier halt das Slot ist und hier ist ja ansonsten durchgehend alles drin. Auch die lassen wir hier mal reinhüpfen. Zack, sitzt straff wieder drin, ruckzuck. Man sieht es auch hier wieder. Je nachdem, welche Rückseite und Farbe ihr euch natürlich ausgesucht habt, das kommt dann natürlich immer drauf an. Aber ich finde, auch wenn es Kunststoff ist, sieht dieses Matte halt immer ganz gut aus. Und mir ist eigentlich egal, ob das Smartphone hinten aus Glas ist, weil das splittert irgendwann mal. Bei mir ist Gott sei Dank noch nie eins gesplittert, außer es ist nicht gut verpackt gewesen. Dann sieht das, wie gesagt, so aus. Aber hier haben wir ja sowieso hinten eine Hülle immer drüber und dementsprechend hat man ja sowieso Kunststoff an den Händen. Dadurch ist das Smartphone für mich immer griffiger, finde ich persönlich. Weil ich muss sagen, ich mag diese ganz dünnen Geräte nicht. Also ob das das S10 Plus war oder das S20 Plus, die sind mir ohne Hülle einfach zu dünn und zu schlüpfrig. Das geht gar nicht gut. Klar, finde ich persönlich. So, auch hier wieder bei der ganz normalen Hülle, die Liquid Crystal Hülle spart auch wieder die beiden Mikrofone aus, wie wir hier oben sehen. Auch hier wieder der nette Hinweis, dass wir hier eine Air Cushion Technology haben. Das sind auch wieder mal hier diese kleinen Lufteinschlüsse. Das heißt auch wieder hier, wenn das Smartphone mal ungünstig runterfällt, polstert dieses tatsächlich so ein bisschen ab, dass er die Luft aus dem Gehäuse entweicht, das Smartphone nicht direkt mit dem Glasrand aufschlägt und dann so unschöne Einblicke gewährt, wie manch andere Smartphones. Auch hier an der unteren Seite ist das Mikrofon wieder wunderbar ausgeprägt, wie man so sieht, also ausgespart. Und wir haben auch den USB-C-Port zugänglich, sowie den Lautsprecher. Selbstverständlich haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, da sieht man, dass die 1-2 Millimeter etwas überstehen. Da müssen wir erstmal den Fokus dahin bewegen können, dass es einigermaßen so funktioniert, wie ich mir das... Ja, so. Ich halte einfach den Finger dahinter, dann sollte es besser klappen. Da sieht man es auf jeden Fall ganz gut. Da geht das ringsherum. Also das ist schon wirklich einwandfrei, finde ich persönlich. So kommt kaum Kratzer drauf und man sieht es hier auch detaillierter, da wo es der USB-C-Port ist, wird das etwas weiter hochgedrückt. Genau dasselbe auch hier. Tastendruckpunkt on point, kann man nicht weiter meckern. Auch der Kameraslotschacht ist hinten wieder schön ausgeprägt, sodass man definitiv auch einen Schutzmechanismus hat, wenn man nicht gleich ein Kameraglas oben drauf packen möchte, was es natürlich auch noch separat zu erwerben gibt. Die lässt sich tatsächlich etwas schwerer hier abziehen, finde ich jetzt gerade. Das ist krass, weil die wirklich nicht so ganz so flexibel ist. Das heißt, mit etwas Druck kriegen wir das Smartphone dann wieder raus. Aber ist auch gut so. Es soll ja auch nicht, wenn es auf dem Boden klatscht, aus der Hülle rausgeschleudert werden. Das bringt uns ja sonst gar nichts. Oh, da sitzt wirklich, da sitzt ja richtig straff drinnen. Alter Verwalter, was ist da los? Kommt gar nicht richtig raus. So, müssen wir versuchen, so am besten von der Ecke auch hier wieder, dass zuerst die Schalter drinnen sind. Das ist einfach sinnvoller, finde ich persönlich. Jetzt gucken wir uns mal direkt im Vergleich an. Die Slothülle versus die Crystalhülle sehen ansonsten so fast gleich aus. Aber so ein bisschen unterschiedlich ist es dann doch. Die ist halt, wie gesagt, hier komplett klar, wenn wir das so sehen. Und die ganz normale Liquid Crystalhülle hat halt diese kleinen Einschlüsse hier noch so drinnen. Was man sonst immer so kennt. Ja, diese Nanopunkte, sage ich mal. Von innen ist die auch rau. Hört man. Und die ist nur hier rau. Hier ist sie glatt. Wo sie halt durchsichtig ist, hier ist sie auch rau. Das sieht man aber auch minimal. Schon ganz praktisch. Dann sieht man halt direkt, welche Karte man mit sich führt. So, dann haben wir die durch. Jetzt gucken wir uns mal das Topmodell an. Die Taf Armor Hülle. Taf Armor Hülle ist ansonsten richtig robust und hat immer einen eingebauten Ständer drin. Jetzt hat er wieder Ständer gesagt. Macht aber nichts. Denn das Ding, wie gesagt, hat wirklich, ja, also stabil. Es hat den Stabilitätstest schon immer überstanden. Ich finde die ganz gut in mattschwarz. Die gibt es auch so in Gunmetal Optik. Da hatte ich die tatsächlich beim S9 auch mal. Mir auch sehr gut gefallen. Was mir hier gefällt, ist, dass wir hier direkt gleich das Stativ oder den Ständer eingebaut haben. Um meinetwegen irgendwelche Filme oder Videos aufzunehmen. Na, Videos sind schlecht, wenn die Kamera nach unten guckt. Aber um Filme, Nachrichten dergleichen zu schauen. Schon mal echt praktisch. Auch hier in der Mitte wieder das übliche Spigen-Logo ist einmal drin. Und nochmal die Schrift. Hier hinten, das ist nochmal wie so eine kleine Abpolsterung. Damit das Ding halt ganz gut da drinnen sitzt. Und hier oben können wir es auch nochmal lesen. Air Cushion Technology. Hier sehen wir auch, wenn wir in die Ecken reingucken. Da überall ist ein kleines Luftpolster drin. Und zwar da. Man sieht es kaum. Das ist ja unglaublich. So. Wir müssen es nochmal. Ja, jetzt. Der Fokus, das macht er nicht mit. So. Da sieht man es ganz gut. Also ringsrum, überall sind diese kleinen Punkte wieder. So wie wir es in den durchsichtigen Höhlen gesehen haben, ist das in den stabilen Höhlen natürlich auch der Fall. Und auch hier wieder ganz praktisch. Gucken wir, wie straff und passend die wieder sitzt beim S20, S21 Ultra. Erstmal wieder so und dann schnapp, schnapp. Das Schöne daran ist, wenn man die Originalhülle hier drauf lassen möchte. Nicht Hülle, sondern die Original-Display-Schutzfolie. Wie man sieht, es funktioniert auch. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier drüber wischen, dass es nicht ganz so dolle verschmiert ist. So, man sieht es jetzt ganz gut. Auch hier wieder das übliche Trara. Da oben ist die Gehörmuschel. Man sieht es, hier ist ein bisschen mehr ausgespart. Oder man sieht es zumindest besser, weil es einfach schwarz ist. Das ist schon echt gut. Da minimale Staubablagungen kommen da zwar drunter. Ist aber auch gar kein Problem, finde ich persönlich. Dann haben wir auch hier unten wieder, an der unteren Seite wieder die Erhöhung. Man merkt das richtig, so 1-2 mm, wenn man vom Display ausstreicht. Perfekt. Die ist natürlich ein bisschen, weil sie ja Tough Armor heißt, ein bisschen krasser jetzt. Die sieht auch, ich finde persönlich, sehr gut aus. Also, wenn man schwarz zu schwarz nutzt, da bin ich mal gespannt, wie gleich jetzt die Liquid Air aussieht in schwarz. Die hat hier so eine Riffeloptik, so eine Bienenwaben, sage ich mal, die sich halt gut anfasst. Aber das gefällt mir schon so ganz gut. Das ist einfach so ein Bad-Smartphone jetzt hier mit den vielen Linsen. Das sieht alles so dunkel getrimmt aus. Und wie gesagt, es hält euer Smartphone auch ganz schnell und einfach mal so, wenn ihr mal eine Runde streamen wollt. Ganz praktisch, auch wenn ihr Videotelefonie machen wollt, ist die vordere Kamera genau in dem Winkel, so dass ihr euch mit dem Partner unterhalten könnt. In Zeiten von Corona auch gar nicht schlecht. So könnt ihr das draußen im Park auch mal machen. Ja, die Matteoberfläche, wie gesagt, ist Geschmackssache. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber trotzdem haben wir hinten bei dem Kamerabumper auch hier nicht die Möglichkeit. Also das Smartphone wackelt nicht mehr. Das ist übrigens bei allen vier Hüllen der Fall, weil das ist ja sonst so, der Kamerabumper guckte unendlich weit raus. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir den Vorteil, dass, guck dir das an, das Ding halt ganz glatt liegt. Und wir jetzt den Tastendruck hören wollen. Jo, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also für mich sieht es, also ich weiß nicht, also die Tough Armor passt jetzt, finde ich, optisch schon richtig, richtig gut zum dunklen Style. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch jetzt hier hinten, dadurch, dass der Bumper nicht so weit rausguckt, sondern einfach jetzt integriert ist, fetzt das schon. Die lässt sich tatsächlich etwas leichter ablösen. Oh, alter Falter. Zumindest an der einen Ecke. Aber sitzt richtig straff auch drin, wie man hier so sieht. Ach so, ja, übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. So ist es bei der Tough Armor übrigens immer. Damit man das einfach machen kann, habe ich völlig vergessen. Schon wieder so lange nicht benutzt, dass man jetzt hier erst mal dieses Gummi sozusagen drüber zieht und die T-Armor-Hülle dann rüber packt. Das heißt, eigentlich ist das ja auch flexibel unten drunter. Ja, siehst du? Man muss es halt erst wieder ausprobieren, um zu wissen, wie es fungierte. So, dann sieht das Ding natürlich ganz doof aus. Aber damit wir jetzt zum Beispiel diese Stabilität hinten haben, kommt noch Hartplastik drüber. Und dadurch sitzt sie dann so stabil, siehst du? Und deswegen kriegen wir die auch so schlecht raus, weil ansonsten zieht man dann erst mal die hinterste Hülle auf. Beziehungsweise, mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Stand hier eine Anleitung dabei? Jetzt bin ich mal entspannt. Ja, siehst du? Ich habe die Anleitung dieses Mal, habe ich sie mir nicht angeschaut. Das ist ja nicht dein Ernst. Und hier kannst du das Ganze nochmal direkt anschauen. Remove the TPU Layer from PC Frame. Und hier Kickstand kann man also auch nochmal rein und raus packen. Das ist auch nochmal machbar. Und so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Also der Kickstand hier, der Kickstand, der Stand allgemein kann auch mal rausfallen. Da sollte man sich dann keine Sorgen machen. Ist dann also auch eine Möglichkeit, das Ganze wieder hinten rein zu fummeln. Mal selbst schauen. So, jetzt ziehen wir die ab. Und jetzt lässt sich die Hülle auch leicht vom Smartphone wieder lösen. Na, ein Glück. So, und wenn ihr dann, wie gesagt, das Ding zur Seite legt oder euer Smartphone vorher drinne habt, dann geht das Ganze natürlich auch. So, perfekt. Jetzt sitzt sie wieder drauf. Das ist auf jeden Fall die Tuff Armor Hülle, die mir auf jeden Fall sehr zusagt optisch. Finde ich echt schick. Jetzt gucken wir uns als letztes die Liquid Air noch an, die so, wie gesagt, Wabenmuster mit hinten drinne hat. Auch eine schöne Hülle. Diese, muss ich auch sagen, hat einen Schlankheitsfaktor im Gegensatz zur Tuff Armor, was mir auch sehr gut gefällt, weil die fühlt sich wirklich sehr schmal an. Also im Gegensatz, Tuff Armor ist halt wirklich sehr stabil und etwas dicker, habe ich so fast den Eindruck. Oder täusche ich mich? Oder fühlt sich das einfach nur, es fühlt sich nur durchs Material, sondern das ist echt krass. Fühlt sich hier stabiler an, weil die wirklich so stabil nach außen wirkt. Und die ist halt so ein bisschen, du hast halt ein bisschen mehr Grip, finde ich. Und das habe ich auch bei dem S21, bei dem S20, verdammt, was ist denn los, schon öfters so gehabt bei den Höhen. Das ist schon wirklich genial. Auch hier, oh ja doch, auch bad smartphone-like, wie man auf der Rückseite so sieht. Hier, da ist auch wieder schön alles ausgespart. Da sieht man es. Also man hat wieder 1-2 mm Platz. Die Kameralinsen werden niemals zerkratzen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und so kann ich das Smartphone im Alltag dann auch benutzen. Auch hier der USB-C-Port ist schön ausgespart. Das heißt, wir kommen mit jedem Kabel übrigens rein. Habe ich bei den anderen Höhen bisher ganz vergessen. Aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass selbst fette USB-C-Kabel reinpassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie eins nehme, so ein Datenkabel, welches nicht sonderlich lang ist. Ja, auch die passen hier überall rein. Das ist halt so, dass die schön weit ausgespart sind. Dass man nicht nur ein Standard-USB-C-Kabel nutzen kann, welches jetzt nicht nur unbedingt lang ist, so 2-3 Meter, sondern auch ein Highspeed per Thunderbolt sozusagen anschließen könnte. Und die sind ja meistens etwas stabiler, kürzer, dicker. Je nachdem, was man so braucht. Ist also auch ohne Probleme machbar. Auch die Riffelung vom Bildschirm, äh vom Bildschirm, vom Lautsprecher sind soweit ganz gut. An der obersten Seite sehen wir das auch. Tastendruckpunkt. Auch perfekt. Es fühlt sich tatsächlich schmaler. Es ist unglaublich, wie sich das in der Hand dann anschmiegt. Hier die Tuff Amor ist so richtig für die Baustelle, sage ich mal. Also sofern man das Smartphone auf einer Baustelle mitverwenden möchte. Aber ansonsten haben wir jetzt hier natürlich etwas schmaler. Und ich finde, durch diese Riffelung liegt es auch gut in der Hand. Also es ist nicht rutschig, wobei, naja, die sind etwas rutschig, muss man so sagen. Das ist aber auch, wie gesagt, die durchsichtige Hülle, wo halt nicht sonderlich viel dran ist. Aber die haben halt hier so eine Riffelung eingebaut. Du kannst halt, wenn du mit einer Hand dieses Smartphone versuchst zu bedienen, und es ist ja nicht gerade leicht, kannst du es ohne Probleme mal hoch und runter schieben und es sitzt trotzdem noch bequem in der Hand. Bei der jetzt hier fast genau dasselbe Spiel. Wenn du das Ganze hier so hin und her bewegst, auch nicht schlecht. Ist halt robust, hat einen eingebauten Stand, klingt soweit eigentlich ganz gut. Kann man soweit auch nicht weiter meckern. Ja, jetzt wollen wir mal ganz kurz zum Preis eingehen. Die ganz normale Tough Armor kostet 16,99 Euro, sprich also 17 Euro. Das ist soweit so gut das Topmodell und das teuerste Modell dabei. Ansonsten gibt es die Liquid Air Hülle für 10 Euro. Das ist völlig in Ordnung. Man muss halt sehen, dass man hier ein Smartphone für 1200 oder 1300 Euro in der Hand hat. Und für 10 Euro kriegt man da einen super Schutz, wo man schon mal nicht weiter meckern kann. Die Spigen Liquid Crystal Hülle kostet sonst 10 Euro, also 9,99 Euro. Über Amazon gibt es direkt einen Rabattgutschein, dann kostet sie nur noch 8,99 Euro. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Und so kann man sich das dann anschauen. Dann gibt es halt noch die Spigen Crystal Slot Hülle. Die kostet auch 14,99 Euro, weil hier wie gesagt ein kleines Extra drin ist, dass man halt hier ohne Probleme seine Karten hinten einfügen kann. Finde ich eine gute Sache. Habe ich so auch wie gesagt schon lange nicht mehr gesehen. Außer wie gesagt bei irgendeiner alten Tough Armor Hülle, die man dann so rausschieben konnte. Karte rein, Karte wieder rein, also wieder zugeschoben, Karte wieder raus. Das war auch so an sich nicht weiter schlecht. Also wie gesagt 14,99 Euro ansonsten für so eine ganz normale Slot Hülle. Die Crystal Slot Hülle macht auf jeden Fall optisch was her. Wenn ihr dann auch eine MX Platinum drin habt, sieht das Ganze natürlich noch besser aus. Ansonsten kommt da die ganz normale Girokonto Karte rein oder irgendwelche Punktesammelkarten. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Hüllen auf einen Blick, wo ich jetzt schon so sagen muss. Die gefallen mir schon so ganz gut und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, welche jetzt die Lieblingshülle wird. Ich werde sie wahrscheinlich wieder alle erstmal durchwechseln. Ich sage an der Stelle vielen Dank an Spigen für das Bereitstellen der vier Hüllen hier. Und ihr könnt euch ja selbst eine Meinung bilden. Ich verlinke euch die Dinger wie immer unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. Und bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.